Strakon 3D-Konstruktion 3D-Balkon aus 2D-Vorlage Für die Erzeugung meines Balkons nutze ich zum Beispiel einen Architekten-Grundriss. Aus einer importierten DWG- oder PDF-Datei kann ich die Geometrie des Balkons abgreifen. Ich erzeuge ein 3D-Flex-Bauteil und nutze hierbei die Vorschau, um meine einzelnen Arbeitsschritte verfolgen zu können. Über die Schichteneingabe greife ich zunächst eine positive Schicht in Balkonplattenstärke ab. Nun beginne ich von dieser Platte weitere negative Schichten herauszuschneiden, um zum Beispiel Schrägen zu erzeugen oder auch Gefälleflächen auszubilden. Hierzu wähle ich den in der Zeichnung vorgegebenen Tiefpunkt. Nach dem Schichtenabgreifen kann ich den Balkon im Cube-Modeller noch bearbeiten, zum Beispiel durch Flächenextrudieren die Geometrie noch weiter modellieren. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Selbstprobieren.